Okay, ganz kurz in Form bringt, weil Debatten mit Mitgliedern der Hulber-Familie eskalieren ziemlich schnell. Bisschen entspannt abhängen. In Hollywood, die haben ja dieses komische Guckstaben da auf dem Berg. Was höre ich? Hulber macht eine neue Show. Zwölf Producer. Wer kann ihn aufhalten, wenn nicht ich? Moment, ich muss gleich los. Okay, Freunde, ich bin am LAX. Ich werde Hulber aufhalten, dieses Projekt zu starten. Zwölf Produzenten, zwölf Producers, was weiß ich. Kann ich angehen. Wenn es einer schaffen kann, dann ich. Sollte ich es nicht schaffen, müsst ihr alle am 1. April einschalten. Es hilft dir nichts. Bis dahin. Leute, ich bin hier, Flughafen München. Wenn denn Hulber noch einer aufhalten kann, dann ich. Wünscht mir alles Gute. Falls es mir nicht gelingt, 1. April einschalten.